Willkommen zum zweiten Tutorial rund um Java und Spring Boot. Im ersten Tutorial hatten wir bereits ein funktionsfähiges Projekt initialisiert und hier in Eclipse zur Verfügung gestellt. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mal kurz damit, wie die Projektstruktur aussieht, die dort generiert worden ist und wie Maven Projekte typischerweise aufgebaut sind. Ausgangspunkt ist der Package Explorer, den wir hier sehen können und das Projekt, wie es zur Verfügung gestellt ist. Ich öffne das jetzt einfach mal und hier sieht man schön eine typische Maven Struktur, die auch immer gleich wirkt und oder gleich ist und das ist einer der einen Pluspunkt von Maven. Die Projektstruktur ist immer gleich, weitestgehend gleich. Man kann natürlich bestimmte Dinge modifizieren, indem man eingreift, aber im Grunde kann man sich darauf verlassen, dass die Projektstruktur bei einem Maven-Projekt zumindest einem bekannt vorkommen sollte, wenn man in ein neues Projekt reinrutscht. Dazu zählen zunächst die zwei fundamentalen Quellcode-Ordner, nämlich Source, Main, Java. Dort liegt der produktive Quellcode, also produktiv bedeutet das, was man wirklich schlussendlich ausrollt, ausführt, zur Verfügung stellt. Dort sind nur Klassen drin, die auch wirklich produktiv Geschäftslogik umsetzen oder produktiven Code ausführen. Dann haben wir Source-Test-Java. Dort sind die Testklassen, Unit-Tests zum Beispiel drin. Irgendwelche Helferklassen, alles. Nur Quellcode, der im Prinzip produktiv nichts, also mit dem produktiven System nichts zu tun hat am Ende. Source-Main-Resources sind zum Beispiel Properties oder irgendwelche Templates oder irgendwelche Dinge, die man zum Beispiel, wenn man Konfigurationsparameter hinterlegen möchte, wenn man Templates befüllen möchte, zum Beispiel eine Website generieren möchte, über welche Technologie auch immer. Dazu kann man ja auch Spring MVC zum Beispiel nutzen. Dann hinterlegt man das typischerweise hier drin, mit Unterordnern oder direkt hier drin. Das ist auch ein Ordner, der sieht man an diesem kleinen Symbol hier, der ist im Source-Path drin. Das bedeutet, das ist ein Quellcode-Ordner, auch wenn da Properties drin liegen, ist das ein für Maven sichtbare Ordner. Gut, also die drei Ordner sind essentiell und wichtig. So, hier befinden sich die Packages drin und hier entsprechend die Klassen, während in Source-Test-Java auch Packages sich befinden und Testklassen. Gut, das wichtigste Artefakt ist die POM-XML in einem Maven-Projekt, hatten wir im letzten Tutorial schon erwähnt. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen genauer rein. Ich mache mal hier das Bild mal ein bisschen den Outliner mal weg, den brauchen wir gerade nicht. Im Grunde, den Teil hier oben, den können wir jetzt mal ignorieren. Das ist so XML-spezifische Informationen. Dieser Parent-Teil bedeutet, dass dieses Projekt, was ich habe, von einem Spring Boot Projekt erhebt, also von der Spring Boot Bibliothek erhebt. Das heißt, alles was Spring Boot kann, ganz genau genommen dieses Spring Boot Startup Parent, kann auch unsere Applikation. Hinzu kommt hier das Group ID. Das ist wie so eine Art Präfix für unser Projekt, um es möglichst gut von anderen Bibliotheken oder Quellcode abzugrenzen. Das ist im Grunde das Artefakt, der Name des Artefakts, das rauskommen soll. Also im Grunde der Name des JAR-Files oder des WAR-Files, was wir erzeugen. Der Unterschied zwischen JAR und WAR kann ich später nochmal genauer erläutern. Dann hier die Version, an der wir gerade arbeiten. Standardmäßig 001 Snapshot. Snapshots sind im Prinzip einzelne kleine Versionen, die in ihrer Summe zu der nächstgrößeren Version führen und nicht zwingend einen Release darstellen müssen. Das ist entscheidend. Als Packaging ist hier derzeit JAR angegeben. Das werden wir dann nachher mal in einen WAR-File ändern. Also indem ich einfach aus JAR WAR mache, weiß Maven, ah, ich soll einen WAR-File bauen und keinen JAR-File. Ein WAR-File läuft im Tomcat, wird dort ausgepackt und ist eine im Tomcat laufende Applikation, während ein JAR-File direkt in der Java Virtual Machine ausführbar ist von der Kommandozeile. Das hier ist für mich zumindest im Moment der bevorzugte Weg. Das ist der Name der Applikation als solches und hier noch eine kleine Description, die ich jetzt nicht weiter angepasst habe. Die Java Version wird deklariert, das ist klar, und verschiedene Bibliotheken in diesem Dependency-Zweig reingeholt. Es gibt hier in Eclipse, zumindest noch eine andere Sicht, wie man sich die Dependencies angucken kann. Hier über Dependencies oder Dependency Hierarchy. Hier kann man auch schön sehen, welche Bibliotheken reingeholt sind. Hier sieht man zum Beispiel Hibernate und das hat weitere Bibliotheken im Bauch, die teilweise selbst wieder Bibliotheken im Bauch haben. Da sollte man immer ein bisschen ein Auge darauf haben. Zum Beispiel haben wir die Spring Bootart JDBC, also da hat man Abhängigkeiten in Abhängigkeiten und wiederum innerhalb dieser Abhängigkeiten. Das ist eine Hierarchie im Grunde. So. Gesteuert wird das über diese POM, in der wir Abhängigkeiten hinzufügen können. Hier haben wir noch einen Rest aus dem letzten. Das können wir mal rausnehmen. So, das speichern wir mal ab. Und ja, Maven-Plugins können hinzugefügt werden. So ein Plugin ist im Prinzip eine Funktionalität, die hinzugefügt wird, wie eine Kopierfunktion oder irgendwelche Generatoren oder was man auch immer benötigt, um ein Artefakt zu bauen. Das einfachste ist jetzt im Prinzip dieses Spring Boot Maven Plugin. Das ist eine sehr, das sehr rudimentäre, die sehr rudimentäre POM, die mit der man ein Projekt im Grunde startet. Später fügen wir noch weitere Dependencies hinzu, insbesondere wenn es dann zum Beispiel ums Testing geht oder um andere Sachen, die wir hinzufügen werden. Zum Beispiel Mokito fürs Testing wird eines der späteren Themen sein. Da werden wir das auf jeden Fall hinzufügen. Gut, also, dass deutlich mehr kann man zumindest zur Projektstruktur gar nicht mehr sagen. Es gibt noch ein, zwei Aspekte, die man noch wissen sollte. Unter anderem gibt es hier eine Klasse, die schon durch den Spring Initializer hinzugefügt worden ist. Das ist diese Application Klasse. Das ist im Prinzip der für Spring Boot die Einstiegsklasse, im Grunde die Main Methode, die gestartet würde, wenn die Spring Boot Applikation hochgefahren wird. Entweder in der Java Virtual Machine direkt über die Kommandozeile, wenn es ein JAR-File ist, dann ist das die Main Methode, die ausgeführt wird. Oder wenn es in einem Tomcat hochgefahren wird, wird diese automatisch durchlaufen. So, und zwar einmalig beim Hochfahren. Annotiert, es darf auch nur eine solche Klasse geben, das ist ganz wichtig. Annotiert wird diese Klasse mit Spring Boot Application und damit weiß Spring Boot, das ist meine Einstiegsklasse. Ohne dass man irgendwo noch Parameter angeben muss, irgendwie ansagen muss, welche Klasse ist das jetzt, die ich da hochfahren muss. Das ist alles nicht notwendig. Das macht Spring versteckt hinter solchen Annotationen automatisch. Später werden noch weitere Konfigurationen hinzukommen, also weitere Annotationen hinzukommen. Eventuell werden wir auch eine zweite Application Klasse für den Test Kontext hinzufügen, also für Unit Tests. Das sind aber Sachen, das gucken wir uns an, wenn es soweit ist. Einen Schritt nach dem anderen. Gut, das ist zur Grundstruktur eines Maven-Projektes in Kombination mit Spring Boot. Im nächsten Tutorial werden wir uns mit Komponenten beschäftigen, wie sie annotiert werden. Wir werden uns das Thema Dependency Injection angucken und auch eine erste kleine laufige Applikation bauen, die unter Verwendung von Komponenten. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch auch das Video anguckt und dass euch dieses gefallen hat. Wenn das so ist, dann bitte folgt meinem Kanal, gebt einen Daumen hoch, gebt Kommentare ab. Ich bin für die Diskussion immer offen. Ich freue mich auf fachliche Diskussionen, technische Inhalte. Ihr könnt jederzeit Ideen dazu geben oder Verbesserungsvorschläge. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal.